Ha! Geschafft! Okay, da ist die Treppe. Das heißt, schnell nach oben. Hier sollte ich auch mal Treppenstufen anbringen. Da geht das nämlich alles leichter. Gleise habe ich nicht dabei. Schade. Freiheit! Und schnell nach Hause sprinten. Und da müssten wir eigentlich... Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Wir machen dann... In der Nacht machen wir eine wilde Monsterhut. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Und ich habe natürlich kein verzaubertes Schwert. Nur dieses Diamantschwert hier. Und da müssen wir natürlich sehr vorsichtig mit umgehen. So. Und dann weiß ich noch nicht, was wir dann als nächstes machen. Jetzt duckt mir schon wieder die Nase. Das gibt es doch nicht. So. So. Schon besser. La 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 la. La 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 la. Zur Wüste. Der Weg ist auf jeden Fall schon mal hübsch. Aber hat natürlich auch... Man braucht natürlich auch seine Zeit, um da hier bis zum Bauernhof zu kommen. Gut. Hier ist noch kein Gras wieder drüber gewachsen. Was? Zombie? Spinne? Alter. Ich sag's dir, wenn jetzt hier schon wieder ein Creeper explodiert... Dann wäre ich sauer. Sauer wäre ich da. Einsamer Teich. Das... Ja, der Name gefällt mir auch noch nicht so ganz. Ja, wir sind heil zu Hause angekommen. Okay. Den Hühnern geht's gut. Ha, mein Inventar ist voll. Ihr könnt mir keine Eier in die Tasche stecken. So, was war denn hier drin? Hier waren die Knochen. Und Spinnenaugen. Und Spinnenfaden. Lapis Lazuli war hier in der Kiste. Dann war hier der Redstone. Alter, haben wir schon... Haben echt schon viel Redstone gesammelt. Das muss man schon lassen. Den Schleimball. Packe ich auch mal hier mit in die Kiste. Die drei Eisen kommen hier hinten rein. Dann hat man hier das Gammelfleisch drin. Ich hatte doch eben noch 15 Gammelfleisch, oder? Ach ne, das ist... Ach, das ist Leder. Halt, das Gold kommt hier mit rein. Das Eisen. Hab ich sonst noch Eisen? Nochmal vier Eisen. Dann haben wir einen Haufen weißen Pflasterstein schon wieder. Und Kies. Kies war... Wo war der Kies? Was? Es sind hier Spinnenaugen drin. Wir müssen hier rein. Wo war denn der Kies? Hier war der Kies. Und hier waren die Pflastersteine. Okay. Die Erde. Kommt dort rein. Der Zaun. Keine Ahnung, wo ich den Zaun hinpacken soll. Packe ich den mal hier mit rein. Ist ja schließlich auch Holz. So, das packe ich auch da mit rein. Das Holz packe ich auch hier mit rein. Die Stickies packe ich auch mal hier mit rein. Nein, was mach ich denn? Dann bräuchte mir ich noch ne extra Truhe für Kohle. Gleise. Wo hab ich das Gammelfleisch reingetan? Hier, da unten war ja das verrottete Fleisch. Hier. Das passt irgendwie sowieso nicht hier unten hin, aber egal. Die Axt und die Schaufel. Packe ich mal hier schnell mit rein. Haben wir noch ne leere Kiste irgendwo. Schießpulver. Die Kohle. Dann packen wir hier oben noch ne Kohlekiste. Die Spitzhacke. Kommt auch mal schnell hier mit rein. Genauso wie die Karte. Und das reicht dann auch. Haben wir unser Inventar leer. Jetzt muss ich nur noch warten, bis es dunkel wird. So. Was sagt die Uhr? Es wird gleich Nacht. Das ist schön. Hallo Schafe. Hallo Kühe. Hallo Schweine. Wieso sind hier bloß noch zwei Schweine? Alter. Blöde Kuh. Hast du die Schweine getötet? So. Haben wir eben ein Leder. Das packe ich gleich mal. Nochmal oben in die Kisten. Und dann machen wir mal. Eine Jagd auf Erfahrungspunkte. So. Gesundes Essen. Gesundes. Richtiges Essen. Hier war das. Da kommen die drei. Alter. Wir haben so viel Fleisch. Ich wollte gerade Schweinefleisch sagen. Aber das stimmt ja gar nicht. Äh. Okay. Weißt du was? Die nehm ich mal mit. Und das nehm ich mal mit. Und das nehm ich mal mit. Und dann packen wir das in den Ofen. Ich müsste mir irgendwo so ein Gebäude machen. Wo wir nur schmelzen. Also die Erze schmelzen. Ach schau an. Hier haben wir noch Gold drin. Und hier haben wir noch Eisen drin. Mensch. Kohle brauche ich nochmal. So. Nehmen wir mal das da mit. Dann packe ich das mal hier rein. Und dann packen wir das da mal da rein. Und dann kommt das wieder zurück. Dann kommt hier Eisen rein. Und dann kommt da das Gold rein. Und dann packe ich hier das dorthin. Und die anderen Sachen kommen natürlich oben wieder in die Kiste. Und dann können wir endlich auf Monsterjagd gehen. Die anscheinend noch nicht gespawnt sind. Komisch. Sonst haben wir es doch immer eilig. Edelmetalle. Edelmetalle. Eisen. Ja. Ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ein Schild oder sowas finde ich cool. Da hinten ist doch schon der erste Halunke. Ei. Haha, nicht getroffen. So, wo seid ihr denn? Creeper auf dem Feld sind nicht cool. Spinne. Ich brauche unbedingt wieder ein verzaubertes Schwert. Wo müssen wir denn hin? Wo haben sie sich versteckt? Da ist ein einzelnes Schaf. Mhm. Wieso sind hier so viele Schafe drin? Was macht das Schwein da? Ich habe es doch dann jemals... So, Gott sei Dank geschafft. Also ohne verzaubertes Schwert sind die Creeper hart. Die sind zäh. Zäh wie Omas Lederschuhe. Ein Creeper auf dem Brunnen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich will keine Creeper. Könnt ihr nicht mal Zombies oder normale Monster spawnen? Wie sieht es denn nicht unten aus in der Erntemaschine? Hau ab! Das sind bestimmt auch Monster. Zwei einzelne Creeper. Und eine Spinne. Das lohnt sich nicht, da runter zu gehen. Aber die Spinne lohnt sich. Zwei Spinnen. Hey! Weißt du was, wenn hier so viele Spinnen rumlaufen? Dann probiere ich doch mal was aus. Ihr könnt euch ja sicherlich schon denken, was ich meine. Und zwar, wir haben doch... Wir haben doch... Moment. Wir haben doch... Den Nemesis der Gliederfüße. Jetzt hoffe ich nur noch, dass noch irgendwann mal eine Spinne kommt. Ah, was soll ich denn mit den Eiern? Spinne. Wo bist du, Spinne? Da gehe ich bestimmt nicht hin. Da sind Creeper. Da habe ich Angst vor. Dass die mir die Landschaft kaputt machen. Kann man das nicht irgendwie einstellen, dass die Creeper die Landschaft nicht mehr zerstören können? Nee. Da auch nicht. Okay. Blöd. Da ist eine Spinne. Da können wir es mal ausprobieren. Spinne! Komm mal her! Ich will was probieren! Ja, so viel bringt es jetzt nicht. Hätte ich jetzt mehr von erwartet. Gut, wir brauchen halt nur zwei Schläger anstatt drei, aber... Ist jetzt auch nicht so geil. Aua! Knochen können wir auch gebrauchen. Für Knochenmehl. Da braucht man ja auch noch ein bisschen was... Da braucht man ja auch noch ein bisschen was. So, haben wir hier irgendwo Monster. Ein Zombie versteckt sich dort. Na komm! Braav, brav! Braav, brav! Da ist schon wieder ein Creeper. Das ist ja fantastisch. Da ist noch ein... Noch ein Creeper. Ein Enderman! Nicht angucken. Hat doch schon wieder einen Block geklaut. Keine Enderperle! Sowas ärgerliches. Da ist ein Creeper. Ich muss mal kurz nach oben gehen, damit ich einen besseren Überblick habe. Da sind Spinnen. Creeper, Spinne. Gehen wir mal lieber zu der Spinne. Yeah! Wenn ich springe, sind sie mit einem Schlag tot. Okay. Spinne! Komm mal her! Sei brav! Sei brav! Verdammt! So, dann nehme ich Aua! So, dann nehme ich Aua! So, dann nehme ich Aua!